Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und so ist es, was kommt. Vielen Dank. 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 So, we're having a bit of Boston. Let's do food of us, before the hotter comes. Thank you. 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 Gott, was zum Teil habt ihr mit Älter angestellt? Ja, mein Freund Söpfer hat sich oben ein bisschen kummeltiert und jetzt wollen wir gar nichts gegen eine andere tauschen. Ja, mir ist doch nicht heiß, oder? Oh, selbstverständlich nicht, Sir. Ich will nur eine junge Dame mitbringen. Die Damen nicht sehen, wie ich ihn vernehme. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich werde euch meine Wohnung zur Verfügung gestellt. Und ich werde nach oben ziehen. Sieht immer normal auch ärmlich aus. Na klar, das soll ich dir sein, klar. Sie wird euch gefallen. Die haben das auch frisiert, hm? Ich treffe dir den Leser. Ihr seid in Wundervoll. So, jetzt lassen wir mal das Black Beast raus. Not really. Amen. 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 Ops. Boah, das nervt mir jetzt so lang. Ops. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.